so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal auf meinem kanal rams ist der dicke wie einigen vielleicht aufgefallen ist gestern gab es eine premiere 20 uhr bei der ich nicht anwesend war was ja eigentlich untypisch ist ich versuche eigentlich immer egal wo ich bin egal was ich mache wenn ich weiß dass eine premiere läuft irgendwie trotzdem das handy in die hand zu nehmen den chat dann zu lesen weil ich immer gespannt bin was während der premiere so geschrieben wird wer da ist um auch selber dann mit reinzuschreiben gestern war ich nicht da meine eigene premiere verpasst ist eigentlich ungewöhnlich was hat seinen grund gehabt ich dachte sowieso ich bin eher zu hause und kann die premiere vielleicht sogar verschieben abwenden löschen irgendwas habe ich nicht geschafft ich kam erst 21 uhr nach hause und dann war es theoretisch schon zu spät und jetzt ist die premiere halt einfach da ich wusste gestern schon dass ich ein video machen möchte weil es immer so ist wenn irgendetwas los ist wenn ein irgendwas belastet wenn ein was bedrückt wenn es ihm einfach nicht gut geht dass ich ein dass ich ein video mache als das mit dem zahnarzt war die story habe ich auch ein video gemacht nicht um ihn schlecht zu reden einfach nur um zu erzählen was mir passiert ist und meine die frau hattung damals auch immer gesagt hat ihr kanal tut ihnen gut und reden sie immer über dinge und alles und ja das ist auch immer schön zu lesen in den kommentaren dann ein paar aufwundernde worte oder sachen von leuten die ähnliches erlebt haben oder die tipps geben können oder die mir sagen können was das beste wäre wie wo was ich war auch überhaupt gar keinen faden hier ich habe jetzt einfach auf aufnahme gedrückt ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll dass man überhaupt versteht vielleicht wieso ich gerade jetzt hier so blöd rumhängen am wochenende war meine mutter da gut kommen wir noch mal zurück zu dem dass dieses video nehme ich jetzt am mittwoch auf auch für mittwoch es wird kein raid am mittwoch geben es wird auch keine raid mania geben für abends 20 uhr hatte ich was geplant das wird es auch nicht geben es wird wahrscheinlich donnerstag freitag nichts geben obwohl ich freitag schon wieder eine andere premiere geplant hatte die ein zweiteiler war vom food truck festival coburg wo wir letztens noch waren habe ich gedacht das passt freitag weil die urlaubs videos sind durch samstag dann gleich noch der das tasting da dazu und ich glaube ich werde das einfach alles erstmal weglassen damit halt gefühlt jeder der den kanal vielleicht irgendwie verfolgt oder irgendwas dieses video sieht und ich nicht ständig auf jede einzelne nachricht privat antworten muss was ist denn los was ist hier blablabla dass man einmal einfach es gesagt hat und die leute einfach bescheid wissen bevor man jeden tag wieder neu getriggert wird durch irgendwelche fragen oder durch irgendwelche sachen die dann dahin stehen am wochenende war meine mutter da wir haben zusammen also wrestling geguckt gehabt und uns ist schon aufgefallen dass adi sich plötzlich anders verhalten hat ich hatte einen instagram beitrag auch gepostet vom tierarzt und so dass beim tierarzt sehen und ich hoffe dass ihm wieder gut geht und alles haben schon alle mal gesagt ja alles kein problem kopf hoch das wird wieder hin und her jetzt war also das problem am wochenende man hat gesehen dass adi nicht mehr frisst er hat nicht mehr gefressen das immerhin hat wenn du ihm frisch was zu essen hingegeben hast er hat es gar nicht mehr angerührt hat keine art dran gemacht dann dachten wir vielleicht ist irgendwas mit dem essen diese der hat ja meistens diese jahrtütchen gegessen vielleicht war das halt nicht gut manchmal sind natürlichen dabei die sind schon total auch aufgeplustert und zwischen beim aufmachen wo du denkst was für ein bär die normalen tütchen hat er eigentlich immer gegessen aber manchmal sah das halt auch einfach aus wie rotze aber gedacht gut ist bestimmt eklig will er nicht schmeiß mal weg geben ihm dann irgendwann ein anderes tütchen neues tütchen er hat er zur not auch trockenfutter war worauf er immer abgegangen ist in diese kleinen milch snacks oder halt diese katzen sticks die man immer nimmt und dann entweder ganz ihm gibt dass er rumknurrt und das ding weg zerrt und irgendwo verspeist oder dass du es auseinander bricht und stück für stück dir aus der hand füttern lässt dass jedes mal seine feuchte nase an der hand lang schleimt und du dann eine total eingesauere hand hast aber einfach nur denken ist artig schatz jetzt hat er nicht mal mehr die sticks gegessen hat doch die 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 katzen milch alles die die milch schläggis das alles ignoriert was er noch gemacht hat er hat aber ständig am wassernapf gehangen und hat die ganze zeit am wassernapf getrunken und ich habe ihn noch nie wassertrinken sehen gefühlt hat er seine feuchtigkeit eigentlich immer aus dem nassfutter rausgesaugt und das wasser war eigentlich immer voll ich musste das eigentlich nie auffüllen was halt schon immer sehr komisch war jetzt hat er nur noch wasser getrunken und hat nichts mehr gegessen und hat sich dann noch immer versteckt und zurückgezogen war in den hindersten dunkelsten ecken die badtür ist immer ein spalt auf das bad ist sehr klein und man hat ihn eigentlich nur noch gesehen wie er die ganze zeit im bad gelegen hat neben der toilette das war halt nicht normal wir dachten gut vielleicht ist es ihm zu laut vielleicht ist es ihm zu viel vielleicht ist es ihm zu warm vielleicht hat er sich den magen verdorben vielleicht wird sich schon wieder erholen das wird schon so passen es war dann eh wochenende es war ja gefühlt alles zu wir haben gedacht wir gehen am montag mit ihm einfach mal zum tierarzt sind dann auch zum tierarzt gegangen da wurde auch blut abgenommen sie haben extra an seinem an seinem an seinem beinchen haben sie das fell abrasiert haben ihm blut abgenommen haben das ins labor geschickt haben sie gesagt werden sie dienstag sicherlich die auswertung haben falls er krank ist irgendwie ein infekt oder so werden sie das sicherlich finden und sie haben ein röntgenbild gemacht wo schon ein paar sachen auffällig waren so beim abhören hat sie gesagt das ist alles okay also die atmung passt die luft ist in ordnung beim röntgenbild ja es sieht jetzt nicht so ganz aus eigentlich vieles passt aber manches passt auch nicht so die leber macht einen komischen eindruck die in der mitte sieht man dass da wobei der lunge auch dass er ein bisschen flüssigkeit ist jetzt halt nicht so viel aber es ein bisschen flüssigkeit auch die die blase ist sehr groß und sehr auffällig die dürfte nicht so auffällig sein deswegen haben sie noch mal mitgenommen haben ihn katheter gelegt dass die blase entleert wird der magen war komplett leer weil er die ganze zeit nichts gegessen hat dann ging es natürlich auch um er hatte noch kot im darm reste die durchaus geschieden werden müssen können wie auch immer keine ahnung ist auch auffällig gewesen dass er halt die ganze zeit auch nicht mehr auf dem klo war dass er halt dort ja es halt einfach nicht ging sie haben ihm dann ein schmerzmittel gespritzt dann ist erst mal ein bisschen runter gekommen war wie ausgewechselt auf einmal wir durften ihnen wieder mitnehmen sie wollten ja schauen dann bis zum dienstag was die blutergebnisse sagen was los ist und sie denken dass es stress bedingt ist erst mal und er halt ein bisschen ruhe braucht einfach er hat also schmerzmittel bekommen wir haben ihn wieder mitgenommen er lag dann wir haben ihn auch im schlafzimmer bei uns dann eingesperrt normalerweise hatte die ganze wohnung zur verfügung er lag dann im schlafzimmer immer neben einem und man hat ihn immer beobachtet durch das schmerzmittel hat er sich wohl auch ein bisschen besser gefühlt hat dann auch wieder gefressen man hat ihm ein tütchen hin hat das tütchen auch gefressen hat auch milch gegessen hat auch ein snack zwischendurch genommen das sah alles gut aus als würde es bergauf gehen dann nächsten tag frühs war da noch mal gegessen ist dann aufs klo man hat gesicht wird auf dem katzenklo sitzt zehn minuten lang und sich das fell hin und her schiebt und er drückt und macht und drückt es kommt aber einfach nichts obwohl er immer noch reste im dach um hat obwohl er ja auch noch viel gegessen hat hat man ja nun gedacht das muss ja auch irgendwann mal raus aber es ging nicht raus es kam nichts raus und dann hat man plötzlich bemerkt dass auch seine atmung sehr schwer wurde ich denke mal das schmerzmittel hat nachgelassen sein normaler eigentlicher zustand hat sich hat sehr verschlechtert was dann abrupt durch das nachlassen des schmerzmittels man erstmal so wirklich wahrgenommen hat er dann nur noch da gehangen hat sich angefangen wieder zu verkriechen obwohl er ja davor plötzlich besser drauf war hat eine totale schnelle schnapp atmung gehabt der körper ist immer auf und zu und auf und zu und alles und total die nase sich gerümpft die ganze zeit man hat richtig gemerkt er leidet man hat richtig gemerkt es ist gerade alles zu anstrengend es ist gerade alles zu viel wir sind also wieder los zum arzt haben da ewig gesessen haben gedacht gut sie kriegen ja heute die ergebnisse vom blut test und und sagen sie ja dann was los ist und vielleicht können sie noch mal untersuchen noch mal abhören irgendwas während der wartezeit weil wir nichts anderes machen konnten habe ich meinen pokémon account rausgeholt habe gedacht gut die neuen paldea starter sind da ich hatte da ein paar schon gefangen gedacht ich tausche die mir ein bisschen jetzt hin und her von der nudel zum main vom main zu der nudel und dann habe ich mir habe ich gleich alle in lucky bekommen habe ich gedacht naja gut wenigstens das hast du schon mal abgehakt hier brauchst du dir die tage keinen kopf mehr machen hast du die lucky einträge jetzt und dann wollte ich noch mal in die app rein nachdem ich getauscht habe und mir die starter lucky getradet habe und wollte eigentlich noch mal gucken ob ich männlich und weiblich von jedem überhaupt wenigstens eins auf der hand habe habe ich plötzlich diese meldung bekommen benachrichtigungen über kondosperrungen dein konto wurde permanent gesperrt da sitzt ja erst mal da der katze geht es schlecht was gerade noch dein zeug getauscht dass gerade noch deine event angekündigt und das noch sagt sonntag kommen dann dass der hyper bonus dazu richtig genial pupsi saß da und hat gesagt wow läuft bei dir also momentan das leben ne jetzt ist das gesperrt und du realisierst das gar nicht so wirklich da denkst du erstmal hä was machst du jetzt dann ist mir aufgefallen dass in letzter zeit mikro ja immer rum gestresst hat und wer den nicht kennt den muss man auch nicht kennen mikro ist so ein typ der halt die ganze zeit genervt hat und immer die streams sabotiert hat und der dann plötzlich in manche streams ankam und hat hier mit zehn oder zwanzig verschiedenen accounts immer reingeschrieben und hat sogar leute nachgemacht da hat er sich dann einmal leon genannt dann hat er sich einmal julchen genannt dann hat er sich einmal paula genannt dann hat er sich einmal tobi genannt was weiß ich hat auf jeden fall sich lauter google accounts erstellt immer mit leuten aus der community kam dann an hat scheiße gelabert hat das zeug sabotiert man hat immer gesehen dass der account frisch erstellt wurde und wir haben den immer versucht auszuschließen und zu machen jetzt die letzten tage habe ich wieder lauter komische kommentare bekommen wurde da beleidigt im kommentarbereich auch dann immerzu nur niedergemacht mit deinem sinnlosen langweiligen content guckt sich keiner an und du klaust alles von spiele trennen und sonst wie und weiß ich nicht und dann haben sich verschiedene sachen und einander unterhalten das aber auch relativ neue accounts waren und ich dachte mir ist das jetzt auch schon wieder mikro oder irgendwas sondern da woher wollte sich auf jeden fall dann als ziel setzen einen das leben zur hölle zu machen mit seinem komischen penetranten sachen die er da gemacht hat plötzlich ist das konto gesperrt jetzt denke ich in erster linie dann erstmal wow vielleicht hat er ja auch mit allen tausend google accounts einfach gemeldet und wie das immer so ist wenn viele sagen das ist so dann guckt man gar nicht erst mal nach sondern man reagiert erst mal drauf und macht erst mal dicht ist ja bei youtube auch so was jetzt wirklich ist weiß ich nicht woran es jetzt liegt ob es mit go fest zusammenhängen mit irgendwas anderen oder ob es trotzdem ist dass man halt wenn man in der öffentlichkeit steht da und sein zeugs macht viele einen ans bein pissen wollen und wenn die sich gemeinsam zusammenschließen sind dann halt zu ihrem ziel kommen das hat mich auf jeden fall auch komplett genervt ich wusste gar nicht mehr was wie wo dann habe ich das handy einfach eingepackt dann wurden wir aufgerufen dann sind wir zur tierärztin noch mal reingekommen ich habe das auch noch mal gezeigt wie seine atmung ist dann waren wir wieder also beim adi machen wir wieder ein anderes bild drauf moment so dann waren wir wieder beim adi dann hat sie gleich gesagt oh das sieht aber nicht gut aus ja wir haben gesagt wenn es schlechter wird dann kommen sie vorbei dann gucken wir noch mal nach dann haben sie noch mal ein aktuelles röntgenbild gemacht dann haben sie noch mal abgeheucht dann hat sie gleich gesagt die atmung ist sehr schlecht der hat eine richtige die pulsiert so richtig also das ist zu viel das herz ist pumpt total und das herz ist total überfordert grad und er hätte auch wasser in der lunge das hat sie direkt gehört dass das nicht passt und das schnauft auch so und dass sich der zustand halt dramatisch drastisch verschlechtert hat sie hat auch noch mal geguckt weil wegen dem code okay ich habe ihm gesagt gesagt dass dass er auf dem klo war es kam nicht sie wollen dann eine probe mal nehmen auch der 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 typ dort hat sie hat 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 ihn dann festgehalten hat extra zwei handschuhe gehabt hat ihn so festgehalten sie hat versucht aus dem after etwas code zu entfernen hat auch die ganze zeit gesagt das ist so fest und das geht gar nicht raus und hat er rumgeknört eine ewigkeit gefühlt da die ist total ausgerastet und hat geschrien und hat sich rumgewandt und hat sich so reingebissen in den pfleger da in den handschuhen alles das war so ein grausamer grausiger anblick in dem moment weil sie dachte sie nimmt da jetzt einfach was raus und dann guckt man sich das mal an wie die konsistenz ist und alles aber es war so fest und es ging gar nicht als wir alles auch verstopft gewesen und das war auch die hölle dann hat sie gesagt sie muss dringend überweisen wir müssen jetzt noch weg zu einer richtigen klinik nicht zu einer tierarztpraxis zu einer richtigen klinik wo der wohl dann auch über nacht bleiben muss das wasser muss aus der lunge raus wir müssen vielleicht ein herzultraschall machen und hat ihm dann auch noch ein mittel gegeben zur entwässerung der lunge erst mal wir wussten gar nicht was ist sie hat gesagt dass es halt sehr kritisch aussieht und wir müssen sofort handeln sonst ist es zu spät und war gut dass wir noch mal da waren und ja die blutwerte die sind auch da die blutwerte die sind an sich alle gut die waren jetzt nicht so auffällig ein paar unstimmigkeiten gab es aber im großen und ganzen waren die blutwerte eigentlich okay deswegen schließt sie einen infekt aus sie denkt eher es ist was mit dem herzen es ist ein angeborener herz fehler ein herz fehler der sich jetzt halt bemerkbar macht und das herz überfordert ist und er wohl auch dann medikamente nehmen muss gegen also für diese herzkrankheit dass es reguliert wird aber sie wissen es trotzdem immer noch nicht da müssen die erst diesen herzultraschall machen das können sie nicht hier da musste nach suhl in suhl hat dann aber keiner gehört in suhl war der war im der war im urlaub deswegen konnte man nicht nach suhl deswegen sollte man nach bad kissingen habe ich keine ahnung wo das überhaupt ist dann hat sie was in laudertal ausgemacht und wir sollten sofort los habe also noch ein paar sachen schnell weggebracht die beingetütet da losgefahren sie kam ich dann auch zu spät zur premiere weil wir dann noch auf dem weg nach laudertal waren und noch mal eine stunde dorthin gefahren sind dort angekommen sind sie sich das auch angehört haben und auch gesagt haben dass das sehr schlecht ist sie dort noch mal ein aktuelles röntgenbild gemacht haben sie auch gesagt haben so sieht eine gesunde katze aus und so sieht ihre katze aus und es gibt verschiedene möglichkeiten wie das so sein kann entweder ein infekt aber bei den guten blut werden ist der infekt ausgeschlossen es kann ein trauma sein dass ein trauma mal durch irgendwas das ausgelöst hat auch dass sich das so niederlegt körperlich alles schließt sie aber auch aus dann könnte es noch sein ein tumor wo sie gerade aber eigentlich nichts gesehen haben dass der also ihnen gerade niedermacht oder eben das herz aber das mit dem herz da müssen sie erst den ultraschall machen das können sie jetzt nicht machen weil noch zu viel wasser in der lunge ist er muss über nacht auf jeden fall da bleiben wir müssen sie müssen das erst entwässern er braucht dann medikamente er muss in eine sauerstoffbox weil er sonst von alleine ist wohl nicht mehr schafft das zu atmen sie haben auch gesagt sie müssen ihn noch mal sauber machen weil auf dem herweg hat er ja durch dieses entwässerungsmittel hat er natürlich dann sich total eingekackt und eingepisst lag dann dort in der riesenpfütze urin in seiner box drin und war total zusammengecovered sie haben dann nochmal ein mittelchen gegeben und gesagt sie machen ihn dann sauber und sie müssen schauen ob wenn heute nachmittag wollen sie das den herz ultraschall machen und schauen ob das daran liegt sie weiß auch nicht selbst wenn das jetzt das ist und sie medikamente geben können wie hoch und wie wie weit die lebenserwartung dann noch ist und wie lange es dann noch macht und sie hat auch schon viele erlebt die genau mit diesem krankheitsbild eben es nicht geschafft haben ich weiß zum jetzigen zeitpunkt noch nicht mal ob er überhaupt noch leben es könnte auch sein der hat die nacht gar nicht überstanden dabei hat er die letzten tage plötzlich wieder an meiner seite verbracht wie in hildburghausen immer wo eigentlich immer an meiner seite war egal wo man war er war immer da hat immer neben einem gesessen er hat neben einem gelegen hat auf einem geschlafen selbst auch wenn ich aufs klo bin kam er rein und saß plötzlich in meiner unterhose drin diese nähe war nach dem umzug erst mal nicht so da wieder dann immer in seinem wäschekorb gelegen aber es sah alles entspannt aus und gemütlich er war trotzdem mobil hat seine fliegen gefangen hat alles gemacht was er sonst immer so gemacht hat ich dachte vielleicht tut ihm das auch gut mit molly mit einer anderen katze weil die sich auch miteinander beschäftigen auch wenn sie sich ein bisschen gezankt haben sie haben auch ihre momente gehabt wo sie nebeneinander gelegen haben oder sich angeschnüffelt haben oder gemeinsam dort gesessen haben und haben gefressen und er war dann auch nicht mehr alleine wenn man nicht da war jetzt hat er gerade diese nähe zurück gesucht und plötzlich fühlt sich alles so leer und dann denkst du dir wow das passt ja perfekt du hast ja du hast ja dein kanal du hast ja deine app das ist das lenkt dich immer ab du hast immer was zu tun du kommst da irgendwie hinweg du kannst eh nichts machen du musst abwarten du musst es so hinnehmen wie es auch immer ist nein jetzt ist das weg jetzt sitzt du eigentlich da und starrst den ganzen tag an die wand ich sage ich weiß nicht zum jetzigen zeitpunkt aber überhaupt noch lebt ich weiß gar nichts und wenn ich weiß nicht ob wir ihnen heute wiederholen können oder ob er noch eine nacht bleiben muss das sind nach kosten die auf einen zukommen aber das ist mir scheißegal mir wird jetzt schon hilfe angeboten auch das kommen wir starten eine spendenaktion oder wir machen irgendwas wir unterstützen dich für die zwei termine beim tierarzt wo ich spontan war habe ich jetzt 300 euro bezahlt und hey ich bin hartz 4 empfänger aber ich habe die 300 euro gehabt und die habe ich auch gerne bezahlt ich will ja nur dass es ihm gut geht jetzt mit der klinik mit übernachtung plus dem ganzen zeug das wird sicherlich locker 1000 euro oder irgendwas werden aber es mir scheißegal vor der zahnarzt bei irgendeinem scheiß gerichtsprozess irgendwelche kohle kriegt oder ihm irgendwas zusteht weil er ein vollidiot ist und die welt ungerecht ist gebe ich mein ganze da gebe ich die ganze kohle jetzt auf jeden fall aus ich weiß es gibt menschen die würden auch sagen dass es dann kein leben und der ist dann wird nie wieder der gleiche sein und wenn er dann so schwer krank ist und mit seinen herz medikamenten und dann nur noch sind so eine geringe lebensdauer man soll es gleich absägen und es gleich sein lassen aber das möchte ich nicht da gebe ich lieber meinen letzten cent dafür vielleicht ist auch gut dass der pokémon account weg ist bevor man 200 euro für raidpässe jeden monat ausgibt gibt man halt jetzt alles aus für ardi und ihr habt ihr habt immer gespendet damals ihr habt fleißig gespendet alles was beim kanal irgendwie gemacht wurde oder so mal zwischendurch ist dann immer da futter für ardi wird gespendet futter für ardi wird gespendet ich schwöre ich habe bis jetzt noch keinen einzigen cent von euren spenden angerührt ich habe immer nur von meinem hartz 4 gelebt ich habe mein hartz 4 bekommen ich habe das genommen und habe damit mein zeugs gemacht meistens musste ich ja nicht so viel machen wenn meine mutter aber einkaufen war und hat gesagt kompakt ihr noch ein tostbrot eigen oder eine packung wurscht das hat gereicht dass ich brauchte gar nicht mehr ich lebe auf kleinem fuß in pflegeleicht da hat sie meistens auch für ardi gleich zwei tüten zwei packungen essen mitgenommen ich hatte nie groß ausgaben deswegen war das auch nicht so schlimm und das hat alles so funktioniert ich konnte einfach nur von meinem hartz 4 existieren und leben und machen und alles was je mit dem kanal irgendwie zu tun hatte oder so war von meiner seite aus war das eh nicht meins das war nicht meins das war das war ja für ardi es stand ja auch so da futter für ardi spenden und ihr habt immer gesagt das ist aber für ardi ne Deswegen ging das auch nicht an mich das ging an ardi Und wenn jetzt alles was da zusammengekommen ist Drauf geht dann ist es wenigstens an der richtigen stelle Hauptsache es geht nicht an irgendeinen idioten hauptsache es geht nicht an irgendeinen zahnarzt der seine macht spielchen ausübt und leute diskriminiert Ich weiß jetzt trotzdem nicht wie es weitergeht weil Selbst wenn wenn er wenn er die nacht gut überstanden hat und das wasser aus der lunge raus ist und sie das herz Den herzultraschall machen und sagen okay es ist definitiv das herz es ist das herz und wir haben dann medikamente dafür Die müssen sie geben sie hat ja auch gesagt wenn es so wäre dann Musst du zweimal am tag auch die atmung kontrollieren und muss da total dich um ihn kümmern das ist fühlt sich ja schon an dann wie ein pflegefall aber Wenn er trotzdem dann normal leben kann dann ist es doch erst mal was wert aber Ich habe angst dass ist dass der anruf nach hat kommen Und sie einfach sagen es ist zu spät Weil er hat gestern so eine schlechte figur gemacht die haben so viel druck da auf einen aus geübt und Jeder immer gleich nur die dringlichkeit gesagt und dass ich sofort handeln müssen und alles Und jetzt sitz du einfach da ohne was Kannst nicht mal sagen ach ich mache schneid irgendwie hier das und das und das ist auch gar kein bock dazu jetzt Ich habe wie gesagt normalerweise die ganze woche wäre vollgeplatzt aber ich habe die freitags samstags premiere werde ich ja wahrscheinlich einfach weglassen Die frage für zuschauer weg max out monday kann ich eh nicht mehr machen ich habe ja kein account mehr Raid mania brauche ich auch nicht mehr machen ich habe ja kein account mehr für mich macht es auch keinen sinn jetzt den nudel account zu nehmen und zu sagen Ladet die nudel ein bei raids bei bei der raid mania in der raid stunde Da investiere ich halt kein geld mehr dann dann werden keine dann kaufe ich Vielleicht kann ich mit der nudel irgendwas zocken oder so für mich ein bisschen mal Irgendwann aber ich brauche keine raid mania mehr machen wo ich geld ausgebe für fan raid pässe Das ist seine geschichte das ist das ist komplett bescheuert das ist scheißegal jetzt Für den main habe ich alles getan für den main das war Das war mein herz meine leidenschaft das war alles Was interessiert mich denn jetzt ob die nudel irgendeinen shiny kriegt was interessiert mich denn ob die nudeln in hunder da kriegt oder irgendwas Das ist eigentlich alles total belanglos Und jetzt hängst du da in diesem loch Wo dir wirklich zwei wichtige dinge genommen werden oder weg sind oder ja Können sagen ach bin badi das wird doch wieder und ein account nimmst du halt einen anderen Es ist trotzdem beides dann nicht das gleiche es ist trotzdem beides nicht so wie es davor war und ich weiß wie gesagt ehrlich nicht was ich machen soll Ich weiß dass ich jetzt nach dem video erst mal Nichts hochlade Und versuche irgendwie Einen weg zu finden Vielleicht ist es dann vielleicht kommt adi die tage wieder heim vielleicht hat man erst mal zeit mit ihm vielleicht stabilisiert sich alles Vielleicht kommt da gar nicht heim dann wäre es sowieso nicht gut zu streamen wenn man dann da sitzt und die ganze zeit nur rumheulen ist Und mit dem account habe ich keine ahnung vielleicht wäre es eine option einfach noch mal komplett neuen zu machen wo man Keinen einzigsten cent investiert und dort einfach nur zeigt was man halt so macht Dann fängt man halt an mit wb 10 pokemon und sagt so damit ich trotzdem noch mich mit der app beschäftige damit ich trotzdem noch mit der community Irgendwie zu tun habe damit ich trotzdem noch mit den news mich belesen euch belehren kann weil wozu soll ich news immer vorlesen wenn ich selber das spiel Gar nicht mehr spiel weil ich keinen account mehr habe es ist auch total sinnlos Würdet ihr an meiner stelle mit pokémon go weitermachen Würdet ihr einen neuen account machen würdet ihr den noodle account nehmen und hochziehen und machen oder Ich weiß es nicht Würdet ihr gar nichts mehr machen Pokémon go weg nur noch andere videos die ganzen ramses kitchen sachen die Die fertig sind einfach nach und nach mal hochladen dass das alles da ist und Ist halt einfach nur noch privat halten ohne irgendein komisches spiel Ich habe natürlich mich bei naientik Gemeldet und habe da was jetzt hingeschrieben Weil wir alle wissen kommt ja meistens nur eine standard antwort dass sie das prüfen und meistens prüfen sie es gar nicht sondern lassen sich dann mit dann einfach sitzen Habe jetzt auch von anderen gehört Die auch probleme hatten deswegen denke ich mir wird es wahrscheinlich doch nichts mit dem mikro zu tun haben aber das war gestern einfach der erste gedanke Weil gerade in letzter zeit einfach diese ganzen blöden kommentare wieder kamen und man total belästigt wurde und das so richtig Aufdringlich dass so viele verschiedene kommentare von verschiedenen Komischen accounts mit komischen namen ohne anzeige bild ich plötzlich total Angehen und niedermachen Nachdem er die ganze zeit in den streams in einem stream mit 20 verschiedenen accounts rum nervt und dann plötzlich sonst was ist also Jetzt habe ich fast eine halbe stunde hier rumgeheult und rumgemacht und rumgesabbelt aber Also heute Es tut mir leid für alle die sich immer gefreut haben die immer gesagt haben hey Raider mittwoch richtig cool und Immer zu schauen was die highlights der woche sind aber wird es nicht gehen heute Ich weiß nicht ob es das überhaupt jemals wieder gibt Es ist das einzige format was ich machen kann wozu ich selbst keinen account brauche einfach zu zeigen was die anderen für coole sachen gefangen haben Raidmania Hey voll cool Raidmania Punkte verdienen Gucken ob du was gutes kriegst alles müsste man Pässe kaufen Müsste man Geld ausgeben Ohne den Hauptaccount macht das für mich keinen sinn möchte ich das einfach nicht Fällt auch weg mittwoch war der beste tag mittwoch ist mittwoch ist der schlimmste tag Obwohl gestern das war ja alles gestern das war ja alles dienstag Falls ihr irgendwelche ideen habt anregungen Mir irgendwas mitgeben wollt Dann Schreibt sie in die kommentare Ja es ist Im endeffekt ist es nur ein tier genau Tiere kommen tiere gehen manche leute haben schon 20 katzen gehabt und 30 hunde und dann ist das normal Das eine wird überfahren das andere fällt vom balkon das nächste Weiß ich nicht Aber das war meine allererste katze Das war meine erste katze und die habe ich geschenkt bekommen von Pupsi weil sie dachte dass es eine gute idee ist Bevor ich immer alleine in meinem Hildburghausen da rum sitze in meiner wohnung Meiner kalten düsteren wohnung Holt sie ein kleines kätzchen Frisch geborenes Sagt hier bitteschön Dann bin ich auf den Adi gekommen mit dem namen dazu Und dann war der einfach so ein frechdax Dann hat er immer so geguckt und dann war er immer so unschuldig und dann Hat er immer seine fünf minuten gehabt Und ich kann von meiner tante kann ich katzen die hat immer viele katzen gehabt und alles und Die waren zwar auch jede war anders aber irgendwie waren sie doch alle gleich und Adi war irgendwie Weiß ich nicht Adi war irgendwie speziell Der hat dinge gemacht die habe ich vorher noch nie gesehen aber vielleicht weil ich vorher halt auch keine katze hatte sonst würde ich sehen dass andere katzen auch sachen machen aber irgendwie hat Adi halt irgendwas hinterlassen was Was anders waren er hat an meiner seite gestanden Vier jahre Denn er ist noch jung er ist noch jung er ist nicht Zeh ich habe gedacht auch katzen die werden zehn jahre alt war das ja eine lange zeit jetzt mit ihm vor dir und alles Denn jetzt in seinem vierten jahr ist das schwer krank steht an der kippe an der klippe Ich habe die ganzen bilder ich habe die ganzen videos ich habe die ganzen sonst was aber Ich will doch einfach nur nicht dass er jetzt weg ist Von einem tag auf dem anderen Nachdem alles okay war und plötzlich aus dem nichts Einfach so so ein umschwung Ich verstehe das nicht Das war's von meiner seite aus Wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out for out Euer Ramses Sit We Aus W Aus 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 Vielen Dank.